Sturmböen mit über 100 Kilometer pro Stunde. Orkan Wenke sorgt für spektakuläres Naturschauspiel. In der Nacht auf Freitag entfaltete der Orkan Wenke seine volle Kraft. An der Nordseeküste in Dagebüll trafen heftige Sturmböen direkt auf Land. Alles, was nicht festgeschraubt und lose war, wurde weggeweht. Der Wind peitschte die Nordsee auf und sorgte für ein spektakuläres Naturschauspiel, das sich auch einzelne Schaulustige nicht entgehen ließen. Starke Orkanböen mit über 100 Kilometer pro Stunde ließen einen aber nur schwierig vorankommen. Die Wellen überschlugen die Kaimauer und überschwemmten den Bahnhof Dagebüll-Mohle sowie ein Teil des Fährhafens. Einzelne Straßen, wie auf den Bildern zu sehen, wurden durch das Wasser nur schwer befahrbar. Aus diesem Grund blieben die Straßen und der Bahnhof bis auf wenige Personen menschenleer. Seid ihr bei starken Orkanböen auch gerne hautnah dabei oder bleibt ihr doch lieber im Trockenen? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare, macht das Plus weg und das Herz rot.